Grüß euch Freunde! Heute gibt es mal eine Neuheit wieder, also ein Testvideo von einer Neuheit aus dem Needle Discounter und dabei handelt es sich um die Batterie Titania für 8,9,9 und 30 Schuss Cake, die ungefähr 200 Gramm Effektmasse hat, circa einen Kaliber von 20 Millimetern. Effektmäßig geht sie, sie hat keine richtig krasse Effektdichte oder so, ist halt auch wieder so eine Family Cake, wie ich sie gerne nenne und zum Warmschießen eher geeignet an Silvester, aber preislich attraktiv. Es gibt halt zwei Stufen, so wie das hier schon angemerkt ist und ich würde mal vorschlagen, schaut euch das mal an, das Teil und bewertet dann selbst gerne in den Kommentaren. ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018